hey freunde willkommen zurück zu der skyward sword wir sind hier immer noch in der wüste ranelts und sind noch lange nicht fertig ich weiß jetzt wie man diesen block hier bekommt und zwar muss man da nicht man muss aber man muss einfach nur schnell sein er wird mit dem anderen was ich vorhatte muss man auch schnell sein so städte sich an irgendwelchen hintergrundgeräuschen das sind wahrscheinlich schon wieder meine katzen so reden wir erst mal mit ihm hier vor allem der weg ist zu so trifft man sich wieder ich will ja nicht so nahe treten aber trifft man sich wieder genau das ist immer der gleiche entdeckung des jahrhunderts gemacht wie bist du eigentlich hergekommen ist der tempel der zeit ein sehr heiliger ort und wieder vor an diesem ort habe ich eine bewohnerin der legendären insel der göttin gesehen leider waren ganz so ich wollte ihnen folgen da kommt seine explosion ja was hättest du denn da in dem tempel gesucht da hättest du sie einfach nur so verfolgt so also wir müssen jetzt komplett auf die andere seite von dem wo wir jetzt schon waren und ihr habt mir gesagt dass das hier wege sind hier ist ja sonst überall treibsand aber diese dunklen wege hier ja sind wege da ist halt immer noch treibsand drüber aber da waren halt mal wie gefrühen hallo hallo so leider wir sind jetzt raus da ich halte jetzt kommt so kleine höhle oder ne ah mein freund der günter vogel ja moin sind günter komm wir bringen wir mal ein kleines geschehen vorbei hallo hallo vöglein vöglein günterlein so heißt er das ist der offizielle noch mal was habe ich gesagt so wenn also darf das schauen hier sind wege das heißt ich kann hier laufen tatsächlich wieder ich habe jetzt zu berichten wieder du stehst auf treib sand ohne zu versinken ich empfehle dir die karte zu kontrollieren dieser stelle verlief als eine straße die nun durch den treibstand verdicken es scheint als könntest du hier laufen ohne zu versinken ich empfehle nachtlichter nachtlichter signallichter auf der karte zu setzen den weg zu markieren ich empfehle mehrere signallichter zu setzen kann endlich fünf stück ich bin sehr begeistert wenn man hört so ich kann auch hier den weg ja gut man sieht den weg eigentlich auch schon so nehmen man sieht jetzt nicht auf dem boden aber man kann nach vollziehen wo der weg eigentlich ist man läuft ein bisschen langsam aber hier sind wieder die idee ist schlecht sondern da geht es jetzt langsam zur mauer das heißt ich muss jetzt da entlang ja guck mal hier ich hab nicht mal auf die karte schaut und sehe dass hier der weg ist aber jetzt ist das moment ist gleich ein vogel so jetzt sind wir auf der ersten mauer drauf da sind sie eine vogel hier ist er was ist das denn jetzt muss ein schlüssel rein mal schauen vielleicht ist das ja irgendwas sie nicht so irgendwo so ein ding sein wie ist das denn wie ist das denn dort okay ah hier kann ich wieder runter hier geht es da glaube ich mal weiter ein vogel so er kann es euch auch keine bomb mehr kann es sein dass hier irgendwie das teil drin ist oder vielleicht aktiviert oder irgendwie so vielleicht ist das auch für später keine ahnung dann soll ich da jetzt das sind bomben moment mal hier muss ich hin das ist der geheimgang oder sowas ähnliches okay also das merke ich mir mal da hinten ist eine kiste da muss ich aber lang das heißt ich muss hier jetzt vorbei und dann einfach nur geradeaus eigentlich also das muss ich auf jeden fall aktivieren da kann ich mal eine neue bomben holen was sagt ich hier was sagt ich hier 9 nein die das mit so was das ist das der tempel oder halt das was ich da gesehen habe ja ja wir sind jetzt kurz davor das ist ja neu erschienen wie diese anderen karten gerade der vergangenheit ich glaube da kann ich irgendwie das für die ganze welt ja für das ganze gebiet anscheinend das ist denn hier das mobile ach so hier lagern die alles das müsste doch auf dem weg sein aber der kann er nicht lang hä jetzt aber Ey, ist das denn ernst? Hä, warum werfe ich denn an dem vorbei? Oh, verdammt, hier versink ich! Jetzt ist er aber tot. Achso. Ach, manche sind hier. Das hier ist auch ein Weg. Nein, doch nicht. Hier kann ich graben, Herzen, Herzen, nochmal eins. Das ich jetzt auch hier auf der Karte vor dem Weg ist, ah, tatsächlich. So. Was ist da, muss ich... Ich muss doch das hier irgendwie ablassen, oder? Oh, verdammt! Er ist trotzdem tot. Aber wie soll ich das hier jetzt machen? Hä, wo ist denn das Teil hier? Ich muss das doch aktivieren. Dann muss ich einfach nur da hinten jetzt aufhören. doch, der kommt schon wieder. Ich glaub, das, was ich jetzt tue, ist ziemlich dumm. Das ist mein Schild. Ja, natürlich war das ziemlich dumm. Und hier ist nicht mal was. Er kommt schon wieder. Warte mal, was ist das da? Was sind das Wege? Ey, was soll ich noch? Ja, toll! Ich bin versunken und hab versucht zu schlafen da drin, oder was? Der hat sich einfach hingelegt in den Sand. Was? Mach das hier kaputsch! Was war das? Was sind meine Bomben leer? Waren da vorne Bomben gewesen? Ah! Nichts! Ach, ist es auch ein Weg? Der Weg wird mir gar nicht angezeigt! Das ist auch nichts. Das gibt's ja nicht. Was ist das hier? Muss ich die Fässer vielleicht da drauf stellen? Irgendwie nicht. Das ist extra so eine Fläche vorgesehen. Nein. Runden. Zehn Stück. Hä, was soll ich denn hier machen? Die sind hier überall. Muss ich eine Pumpe da drauflegen? Er bleibt da liegen. Geht's dann vielleicht kaputt? Ne. Keine Ahnung, was das ist. Ist das vielleicht ein Weg? Nein. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ist kein Weg. Ist das hier ein Weg? Nein. Hä? Was soll ich jetzt bitte schön machen? Da ist noch ein Teil, was ich noch nicht kaputt gemacht habe. Hallo? Ach so, da ist natürlich was drin, immer im letzten was, was man kaputt macht. Ah. Können jetzt diese Viecher bitte verschwinden? Ah. Hä? Was ist das denn? Was sind die Eier von denen? Die sind jetzt da unten. Bin ich hier nur gelandet? Ah, da ist irgendeine Maschine. Komm ich da hin? Verdammt. So. Seien sie damit vorsichtig. Oh, sie auch. Oh, sie auch. Du hast nicht mal geguckt, wo du hin zielst. Oh. Mach doch auf. Ja, gegen zwei gleichzeitig. Da kommt noch ein dritter hinzu. So. Ey. Ey. Ich hab dich gar nicht berührt. Was machst du denn? Geistesgestörter. Oh. Die kann man bestimmt auch irgendwie einfach besiegen. Oh ne. Da ist noch einer. Mach jetzt das auf. 20er von Frobina. Guck da raus. Was ist das? Was muss ich hier drauflegen? Muss ich mich hier drauflegen? Au! Ah. Hä? Muss ich das andere jetzt auch noch da herbringen? Hey. Dankeschön! So, 20 spielt, 20 spielt, 20 Robine. Was machen denn meine Katzen da drin? Es ist jetzt eine Angst. Ja! 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 ich habe etwas zu berichten ich schätze dass es nur wenn ich jetzt dieses gerät mit strom zu versorgen achte ach so jetzt geht das auf das ist die strecke ein kammer sie tatsächlich aus aus dem mechanischen mich an mich wusste mich an ist muss bloß nicht an und nicht hinterher stechen hineinstechen ha 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 8 drücken hallo so dachte ich muss jetzt das sprüder nachfahren jetzt wird das auch aktiv okay so jetzt fertig denk schon das andere ist jetzt auch aktiv also kann ich raus so raus hier das müsste ja jetzt eigentlich direkter vorne dran sein und das teil wieder immer noch den einstein auf der mauer wo ist denn der normal irgendwo da da oben ist das da muss ich man was das ist doch jetzt nicht dein ernst was soll ich denn jetzt noch machen weil ich noch nicht fertig halt was das ich bin jetzt nicht noch mal ich dachte ich hätte es geschafft muss ich da auch noch rein das sieht doch genauso aus so wo ist das teil da was ist denn das für eine beschissene steuerung hier da irgendwie lang ich verstehe diese karte nicht mal kann ich da den lang da komme ich gar nicht lang jetzt folgt mich noch dieser vogel muss ich hier lang da komme ich auch nicht lang erhalte ich glaube hier darf ich gar nicht lang oder doch dann muss ich da lang dahinten da muss ich schon hier weiter so ein block natürlich ist da jetzt ein weg aber natürlich muss ich auch von da hinten kommen auch das ist doch nicht wahr verfolgt mich dieser vogel wirklich noch Hier komm ich nicht zufällig hoch Ach, hier kann ich auch entlassen Moment, da durch! Jetzt bin ich hier Hallo, geht da hoch? Hey, wie soll ich nicht hinkommen? Ah, da ist Wie geht das so? Das war doch nie, bis dahinten hin, war doch Ja, fast Das reicht nicht Das reicht jetzt aber, oder? Ja Wie soll ich denn da bitte schön reinkommen? Ach so, ach da kann ich laufen Geld, 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 Geld Moment mal, wo bin ich jetzt? Oh Hey! Oh, ist das jetzt dein Ernst? So, was da drin? So eine blaue Vogelfeder oder so Und Herztheil Herzhelle haben wir auch noch nicht viele Aber ich dachte Ach so Ja, nein, nein, natürlich Dann laufe ich da später bestimmt nicht mehr hin Ich vergesse das alles Ich weiß nicht mal, ob das game überhaupt zu 100% gezackt wird Oder nicht? Ich glaube, eigentlich eher nicht da drin Aber ich weiß es nicht Moment mal, ich gucke gar nicht mehr da hoch Was soll das denn jetzt? Oh nein Hey, was machst du denn? Oh nein falsche taste was machst du denn die doch mit hallo hallo so geht es auch wo muss ich hin da stimmt ich komme auch so ein signal ich da hinpacken sondern mich erst einmal sehe ich bin da gemacht hast du da kann ich einfach gehen ich sehe es immer noch nicht ach so ich bin direkt davor ja gut natürlich nicht so und zwar bei mal sanzikaden okay fehlen nur noch drei sorten wir kommen hier rein von der anderen seite wir bin da reingekommen auch von der anderen seite hier ist das stromteil drin das ist das kann ich mich noch festhalten ah das ist ein schalter abgehört so wahrscheinlich okay und warum ist der eingang dazu lagerhalle ist dieser eingang zu wie komme ich da rein eine bombe ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen es ist schlecht noch mal zurück hierher ich bin ich hier bin ich jetzt ich musste rein Wie komme ich denn da rein? Vielleicht. Nee. Hä, wie kriege ich das Zelt denn auf? Wenn er vielleicht dagegen rollt? Hallöchen. Weil warum sollten die auch immer wiederkommen? Ey, wo gehst du denn hin? Komm her. Ey. Nee, ich glaube, das soll so nicht sein. Hä? Was ist das denn hier überhaupt? Wenn du etwas schierst, ich gehe auch noch mal zurück. Was machst du denn? Ist hier irgendwo so ein Zeit-Ding hier? Da ist, glaube ich, jemand sehr glücklich. Was ist da oben überhaupt? Ja, da komme ich so oder so nicht hin. Was ist denn hier? Oh, wo kann ich graben? Ich glaube, ich glaube, das bringt nichts. Ey, wo ist hin? Ey, da ist gestorben. Ich habe nichts gemacht. Ich bin nicht draufgetreten. Diesmal nicht. Wann, das ist noch mehr. Nimm! Ach, jetzt hat sie. Das ist überhaupt der oberen Kiste. Das kann doch nicht sein. Ich will hier rein. Ach so. Bin ich so blöd. Ich kann öffnen. Ich dachte, ich muss eine Bombe dagegen werfen. Okay, Freunde. In der nächsten Folge geht es auf jeden Fall weiter hier in der Lagerhalle. Ist das jetzt in der Ernst? Das sieht genauso aus wie das andere von eben. Nur, dass da jetzt auch noch so sollen in der Oberfläche sind. In der nächsten Folge geht es auf jeden Fall weiter. Vielleicht werden wir in der nächsten Folge den nächsten Dungeon erreichen. Ich hoffe es mal. Und dann sind wir alle froh. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao.